Du hast Silberfischchen? Das kannst du tun! Willkommen zu Fragen klären mit Verinsekt. Also, wenn man Silberfischchen in der Wohnung findet, sollte man sich eigentlich eher darüber Gedanken machen, warum man diese hat und weniger, wie man diese Tiere an sich wegbekommt. Denn glaubt mir, die sind normalerweise das kleinere Problem. Silberfischchen halten sich nämlich nur darauf, wo es feucht ist und sind deshalb oft ein Indikator für Schimmel, der sich ja logischerweise schnell bei Feuchtigkeit bildet. Einen Befall von Silberfischchen kann man also vorbeugen und bekämpfen, indem man die Luftfeuchtigkeit reduziert. Diese Tierchen können aber auch ganz nützlich sein, denn sie fressen Hausstaubmilben, die ja bekanntlich Allergien auslösen können. Für mehr Wissen gerne folgen!